Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3 Silent Hill 3 Silent Hill 3 Silent Hill 3 Hoffentlich machen wir wirklich da weiter, wo ich denke Wo wir weitermachen Genau da machen wir weiter Äh Wir werden einfach den Weg folgen Auch wenn es mir persönlich Viel ausmacht Und ich nicht sehen kann, was das ist Super, ich hab's gesehen Was so Sandwiched Ah Warte Ah, ich verstehe Gut, dann gehen wir jetzt mal Öh, wie geil Ihr könnt meine Finger nicht sehen Pfeil Warte Pfeil, wie kannst du blinken? Blink, blink, blink Nach da Blink, blink, blink Und dann Gehen wir wieder zurück Da durch Bla 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 Diesmal zum Ne Ja, da durch Da da Und gucken die restlichen Türen ab Und mal gucken, was wir so finden Wo ich erlebte, dass ich gar nichts finden will Was es auch immer ist von mir Ist ja aus wie ein Frosch Meine Panik ist ja nicht zu Ende Nein, technisch müsste hier an der Tür sein Ach Hey Ente Du Ente Warum ist das immer so dunkel? Jetzt sind die Spieler ein bisschen dunkler Äh Was ist das? Muss ich irgendwie Och, ich hab meine Zange nicht mehr Warum eine Walnuss? Hey, hey, hey Wenn noch hier jemand sagt Wenn wir in der echten Welt wieder sind Falls es überhaupt So was Unterschiedliches gibt Das frag ich Wird bestimmt jemand sagen Äh, Entschuldigung Haben sie meine Walnuss In der Hand da? Äh, ja Mhm Dieses Wolfsgeul Macht mir nur etwas Angst Ich hab wieder nicht auf dem Weg Oh Die Lampe da Hat mir Angst gemacht Was das auch macht Was das auch macht Was das auch macht Weil Lichter sind Was entscheidet das ist Einfach umgehen Einfach umgehen Jetzt verdeckend machen wir keine Augen zu Trenne Achso, Licht Hm? Okay Tote Menschen Die sich bewegen können Toll Achso, jetzt forscht Ach, das Ja, natürlich Gut Plan Cobra Das war Das war Ich gerade schlecht Pst In diesem Bezirk Haben wir eigentlich So ziemlich alles erlegt Wir müssten ja Jetzt hier hin Heißt das rein theoretisch Dieses Loch da Loch Raum da Das war Ich mag die Kamera Perspektive gerade nicht Jetzt mag ich sie Tür müssen ja rein Achso Tür müssen ja rein Achso Achja Hier von Munition Ich bin schon mal Nein Ah Den Weg da rein Sonst weiß ich nicht mehr weiter Sonst weiß ich nicht mehr weiter Sonst weiß ich nicht mehr weiter Hm? War das? Sieht aus wie eine Kirche Ach Diese scharfe, scharfe Messer Wasser Vor mir In der Luft Ist wirklich sehr scharf Wow Wow Wo ist das Ding? Da gibt es noch eins